Und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Penumbra Obertür. Ja, und wieder an einem schönen Dienstagabend, wie auch jedes Mal. Und ich habe mal letztens so derbs rumgeflucht, was auch wirklich sehr verständlich war. Denn wie bitte soll man wissen, also ich denke mir es einfach mal, weil die Tür geht weder auf noch zu. Ich habe es mal auch klein ausprobiert und zwar habe ich einfach die Tür, die da hinten ist, also den Hebel, den habe ich hochgedrückt die ganze Zeit. Und da war es trotzdem nicht so. Also nehme ich mal an, ich muss den Hebel drücken und muss dann sofort durch die Tür rennen. Also mal schauen, wie das so wird. So, dann gehen wir mal hier durch. Ist dich. Ich war Blut. Piss dich. So, drei zwei. Fack, 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 fack. Tür ist offen. Nice. Ich habe es geschafft. Gut. Genau so musste man das machen. Das ist vielleicht ganz simpel. Könnte ich mir auch denken, weil wenn ich weder den Griff ewig drückt noch nicht ewig drückt, aber die Tür geht ganz schön schnell wieder zu, das muss man schon sagen. Mit meinem verbliebenen Ohr am Boden höre ich, wie sich deine unsicheren Schritte allmählich dem Endziel nähern. Was lange währt, wird endlich gut. Oder auch nicht. Und bald, so glaube ich, ist deine Suche zu Ende. Das große metallene Loch in der Realität wartet auf dich. So wie der Sensenmann auf mich. Ich freue mich darauf, dir endlich zu begegnen. Ich hoffe nur, dass mich der Sensenmann nicht vorher empfängt. Also irgendwie kommt mir das aber jetzt nicht so rüber. Ich meine, erstes Mal, das Spiel hat drei Teile. Und zweitens Mal, wie der gerade Geräte hat. Oh Gott. Oh Gott. Sag jetzt, bitte nicht, hier ist ein Minensystem. Ach. Du heiliger Bimmel. Ach, du Scheiße. Warte mal. Gehen wir erstmal auf Schaft 13. Dann müssen wir da rüber. Oh Gott. Das war ja klar, dass da wie ein Hund ist. Hier müssen wir rum. Da ist es. Schaft 13. Was ist hier in dem Raum so schön? Es gibt's. Äh. Was zum Henker ist das? Oh Gott. Hier sind Steine. Da komme ich nicht weiter. Also muss ich... wohl wahrscheinlich hier lang. Scheiße. 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 Du musst mich eigentlich verarschen. Du dreckiges Kackspiel. Wie asozial ist das denn bitte? Oh. So. Oh. Leuchtsignale. Schmerzkiller und Batterien. Was denn das? Oh, Fleisch. Schön. Warum zum Henker? Ich kann den Brief nicht lesen. Der Musik. Ich kann den Brief nicht lesen. Ich kann den Brief nicht lesen. Hau ab. Hau ab. Verpiss dich. Gott. Erstmal sind sie... Ach, verdammte Scheiße. Ich finde die auch gut, aber noch geht's mir gut. Nee, geht's nicht gut. Erstmal 7. So. Ja, lesen wir mal den Brief, der da so liegt. So zufällig. Ja, 24. Februar 1972. Ich schreibe diese Zeilen mit dem Wissen, dass sie gleichzeitig... Okay, ich kann sie gut für nicht lesen, ne? Da ist immer irgendwelche Scheißviecher an der Backe. Ich werde gleich zur Sau. Dann schon bitte so ein Scheißspinnvieh, oder was? Dann kann ich das. Alles klar. Piss dich! Verdammte Scheiße, ey. Dreckiges... Kleines Aas. Ach so, hier geht's. Okay. Da geht's dahin zurück. Puh! Bin ja mal froh drüber. Ich will ihre Blut, aber noch geht's mir gut. Na, dann brauchen wir ja keinen Schmerzkiller, ne? So. Wo sind wir hergekommen? Ich glaub von hier hinten, ne? Warte mal, wo sind wir grad? Hier. Das heißt, wenn wir jetzt hier lang, dann... Also... Rühren wir jetzt hier rüber. Dann da lang, dann gerade weit aus. Dann ganz weit rüber. Okay, das... Warte mal, das ist so... Okay, das kann ich mir merken. Okay, irgendwie auch... Do god, do god, do god, do god Boiooooomp Meeiner, Ollimam Alta Remember there will be my sistemas Ja, gib mir vorm sack Gebe sie wieder dahin, wo du hergekommen bist god Dreh nicht um john Oh Gott, Gott, bitte lass mich jetzt hier, äh, ha, 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 where is the dog, ähm, mein Gott, alter, 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 scheiße, 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 Mann, na, wo ist denn das, wo ist denn das Ding, geh doch bitte wieder dahin, wo du hergekommen bist, ich meine, das ist jetzt echt unhöflich, na, wo ist der denn, na, wo ist der denn, Junge, wo bist du, oh, das ist das Maul, nicht der Schwanz, ach du scheiße, höh, wer da, Oh, nein, du atmest nicht laut, nein, so, es war ja klar, dass hier wieder so ein Hund ist, es war ja sowas von klar, es war drauf abzusehen, dass hier wieder ein Hund ist, ich meine, warum auch nicht? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da ist die Tür, nein, oh, Gott, alter, scheiße, no, fuck, wo sind wir denn hier gelandet das ist die raffinerie wie ich es gelesen habe so suchen wir erstmal hier unten alles ab das hier muss die sammelstelle sein an der die felsstücke aus der mine gesammelt und verarbeitet werden diese kolben können mir jederzeit einzeln naja toll wenn das ist erkannt hast philipp aller nicht gut so toll und jetzt das müssen wir wissen was müssen wir machen warte mal 1 2 1 1 1 1 1 Heee? 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 denn jetzt eigentlich war das muss ich wahrscheinlich teile angemessenen reihenfolge nach oben bringen oder so ja Oh. Ich glaube, ich habe es geschafft, oder? Oh ja, nice, ich habe es geschafft. Vielleicht kannst du bald etwas in der Hinsicht tun, aber sag, bewegen sich inzwischen die Förderbänder im Raum der Felsen? Ich glaube, ich weiß, wohin sie führen. Ist es eine Art Himmel oder Utopia? Hm. Also, es gibt die in einzelnen Teilen nur was zu holen. Naja, gut. Das sind Plastif- äh, das sind ganz einfache, normale... Ja, gut. So, die Peripherie haben wir auch geschafft. Klemmen, muss ich wohl verklemmt haben. Metier klemmt. Hau mal einfach mal... Ja, und wo komme ich jetzt hier raus? Schön. Also komme ich hier nicht mehr raus. Höchentlich muss ich da hochkommen. Deswegen auch die Fässer wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Irgendwie muss ich da hochkommen wahrscheinlich glaube ich ich bin glücklich ich bin glücklich ich bin glücklich ich bin glücklich Steiner Mauer. Ne, also gehen wir nochmal rüber und gucken mal, ob es hier liegt. Wir haben nicht so aus. Das ist ein Dachro. Mal M. Wo ist denn jetzt mein persönliches Tagebuch? Nein, kurz oder nein? Der spinnt denn? Der spinnt. Welcher spinnt? Das ist ein Dachro. Das ist ein Dachro. Das ist ein Dachro. Das ist wahrscheinlich der Spielemacher. Der hat gedacht, das wird zu leicht oder was. Das ist ein Dachro. Ja, das ist ein Dachro.